ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht dankeschön dankeschön wir jetzt ich habe nicht mal irgendwas gemacht ich habe gesagt ich ziehe meine maske nicht auf was macht ihr mit waffen auf mich ist ein behinder dein kollege hat ein kollege hat gerade ein kollege von uns abgestochen ja genau deswegen komme ich jetzt in knast weil mein kollege eine scheiße baut genau die gar nicht du willst nur jetzt ein gewahrsam